Hallo Freunde, wir sind heute auf der dritten Etappe nach Avignon, das sind über 200 Kilometer. Ja, das Wetter ist relativ gut, Wolken gibt es zwar noch, aber naja, wir lassen uns überraschen. Das ist ein Hund anziehen, Gotti, angekommen? Angekommen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Ist das nicht eine schöne Landschaft hier? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Amerikaner Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018